Pflanzen gießen ohne Gießkanne? Geht! Wir basteln uns ganz einfach eine eigene Gießkanne aus einer Plastikflasche. Dazu erwärmen wir eine Nadel. Das Ende am besten mit einer Wäscheklammer festhalten, damit man sich die Finger nicht verbrennt. Mit der heißen Nadellöcher in den Deckel der Flasche machen. Und schon ist die Gießkanne fertig. Viel Spaß beim Pflanzengießen! Interessiert an einfachen Tipps und Tricks für den Alltag? Dann klickt hier unten auf unser Logo und abonniert unseren Kanal.